Überlegst du, wie du eine spannende YouTube-Reportage produzieren kannst? In diesem Video zeige ich dir die drei Formen der YouTube-Unternehmensreportage und wie du herausfindest, welche sich am besten für dein Projekt eignet. Am Ende wartet ein besonderes Angebot auf dich. Also, bleib bis zum Schluss dran. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich bin Martin, dein Experte für YouTube-Gestaltung und YouTube-Marketing. Heute geht es darum, wie du die passende Erzählweise für deine YouTube-Reportage findest, die deine Inhalte optimal transportiert. Von Off-Text-Reportagen über Interview-Formate bis hin zur Reportage mit Moderation. Ich stelle dir die verschiedenen Reportageformen vor und zeige dir, worauf es wirklich ankommt. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen. Wenn du eine YouTube-Reportage gestalten möchtest, gibt es drei Möglichkeiten. Eine Reportage mit Off-Text, eine Reportage, die von den Interview-Rooten getragen wird oder eine Reportage, die von einem Präsenter oder einer Präsenterin erzählt wird. Aber was können dabei die Herausforderungen sein? Eine YouTube-Reportage über dein Unternehmen, dein Produkt oder deine Dienstleistung zu machen, ist zunächst mal eine gute Idee. Das Format Reportage ist eine Erzählform, die die Menschen aus dem Fernsehen kennen. Du knüpfst also an Gewohnheiten an. Dazu kommt, dass die Reportage gerade im Fernsehen ein journalistisches Produkt ist. Die Leute trauen diesem Format deshalb eine gewisse Objektivität zu. Und das ist auch gleich ein wichtiger Tipp. Bemühe dich darum, sachlich zu bleiben und nicht zu sehr in Superlativen und Schwärmereien zu verfallen. Das kommt beim Publikum nicht besonders gut an. Schauen wir uns die erste Form an, die Reportage mit Off-Text. Zunächst, was unterscheidet Off und On? Alles, was im Bild zu sehen ist, ist im On. Was nicht zu sehen ist, ist im Off. Wird eine Reportage von einem Sprecher oder einer Sprecherin vertont, dann passiert das aus dem Off. Denn man sieht den Sprecher oder die Sprecherin ja nicht im Bild. Deshalb sprechen wir von Off-Text. Also, deine Reportage besteht aus Bildern, die aus dem Off erklärt werden und Interviews. Der Off-Text führt durch die Geschichte und verbindet die Interviewteile miteinander. Hier wird erzählt und die Storyline vorgegeben. Stell dir eine Dokumentation über nachhaltige Mode vor, bei der eine Stimme im Hintergrund die Reise eines Baumwollkleids beschreibt. Von der Plantage bis zum fertigen Produkt im Regal. Die Bilder erzählen ihre eigene Geschichte, während die Stimme im Off Hintergründe und Details vermittelt, die das Bild allein nicht preisgibt. Natürlich brauchst du für eine YouTube-Reportage mit Off-Text nicht nur eine Sprecherin oder einen Sprecher. Du musst auch eine Sprachaufnahme machen, hast also einen zusätzlichen Arbeitsschritt. Die Interviews haben dann zwei Funktionen. Einerseits vertiefen Expertinnen und Experten die Informationen und greifen besondere Aspekte heraus. Andererseits dienen zusätzliche InterviewpartnerInnen der Authentizität. Das heißt, sie sorgen für Emotionen. Das können zum Beispiel zufriedene Kundinnen und Kunden sein. Bei der Off-Text-Reportage führt die Stimme aus dem Off die ZuschauerInnen und Zuschauer durch das Thema und vermittelt dabei Fakten. Eher distanziert und objektiv. Diese Form ist ideal für Reportagen, die präzise Informationen und Zahlen in den Vordergrund stellen möchten. Aber was, wenn du dein Thema persönlicher gestalten willst? Der nächste Ansatz bietet genau das. Auch Interviews können deine Reportage tragen. In diesem Fall gibt es dann keinen Off-Text. Alle Informationen kommen aus den Aussagen der InterviewpartnerInnen und Partner. Stell dir eine Unternehmensreportage vor, die den Alltag eines Startups zeigt. Statt Off-Text zu nutzen, kommen die Mitarbeitenden selbst zu Wort. Eine Entwicklerin spricht über die Herausforderungen in ihrem Team, der Gründer erzählt von der Idee, die das Unternehmen antreibt, und eine Kundin berichtet, wie die angebotene Lösung ihr Leben erleichtert. Hier führen die authentischen Stimmen der Interviewten durch die Reportage und lassen die ZuschauerInnen und Zuschauer direkt am Geschehen teilhaben. Diese Form eignet sich besonders, um Emotionen und Eindrücke aus erster Hand zu vermitteln und dein Publikum mitten ins Geschehen zu holen. Das verlangt natürlich viel Aufmerksamkeit und Konzentration bei den Interviews. Du musst dafür sorgen, dass alle relevanten Informationen in den Interview-O-Tönen vorkommen. Außerdem musst du die Bilder, die deine Reportage illustrieren, so drehen, dass sie zu den Interviewaussagen passen. Was dem Publikum nicht gefällt, ist ein reiner Schädelsalat, also eine Aneinanderreihung von Interviews ohne Zwischenbilder. Je abwechslungsreicher und illustrativer deine Bilder sind, desto erfolgreicher ist deine Reportage. Achte auch bei den Interviews darauf, dass sie nicht alle am selben Ort stattfinden, sondern versuch, Abwechslung in deine Interview-Locations zu bringen. Klingt das spannend für dich? Warte ab, denn die nächste Form macht dein Thema noch erlebbarer. Die dritte Form, eine YouTube-Reportage zu gestalten, ist, mit einem Presenter oder einer Presenterin zu arbeiten. Deine Kamera begleitet eine Person, die deine Inhalte moderiert, Zusammenhänge im Honor zählt und Interviewpartnerinnen und Partner nicht nur vorstellt, sondern auch befragt. Stell dir eine Reisereportage vor, bei der der Reporter oder die Reporterin selbst durch die Straßen einer pulsierenden Stadt läuft, einheimische interviewt und lokale Spezialitäten ausprobiert. Die Moderation ist wie ein persönlicher Guide, der das Publikum Schritt für Schritt mitnimmt. Diese Form schafft besondere Nähe und ermöglicht es, Informationen lebendig zu vermitteln und direkt mit den Zuschauerinnen und Zuschauern zu kommunizieren. Die Reportage mit Presenter verbindet Information mit Unterhaltung und lässt dein Publikum wirklich dabei sein. In dieser Reportageform musst du weniger illustrative Bilder drehen, allerdings sollte die Moderation authentisch sein und spontan wirken. Dieses Format lebt natürlich ganz stark von der Person, die moderiert. Sie sollte auch repräsentativ für dein Unternehmen oder deine Organisation sein, also vom Alter, vom Typ und von der Kleidung zum Image passen. Natürlich kann diese Person auch aus deinem Unternehmen stammen, also ein oder eine Unternehmensinfluencerin sein oder sogar jemand aus dem Führungsteam oder der Kommunikation. Aber vor der Kamera braucht es schon einige Routine. Spontane und natürliche Aussagen zu treffen ist nicht einfach und von einem Teleprompter zu lesen braucht auch etwas Erfahrung. Wenn du eine perfekte Person für die Moderation deiner Unternehmensreportage gefunden hast, hat dein Unternehmen allerdings ein Gesicht. Und das ist nicht nur im Videokontext spannend. Welche dieser Formen ist für dein Projekt die beste Wahl? Wie findest du heraus, welche Variante zu deinem Thema passt? Genau hier kommt meine Agentur News on Video ins Spiel. Ich habe dir am Ende dieses Videos ein besonderes Angebot für Zuseherinnen und Zuseher versprochen. Wir beraten dich, welche Form für deine Reportage am besten funktioniert und helfen dir, die perfekte Umsetzung zu planen. Das war's für heute. Ich hoffe, du hast aus diesem Video wertvolle Einblicke bekommen, wie du deine YouTube-Reportage planen und umsetzen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da und abonniere unseren Kanal, um keine wertvollen Tipps rund um YouTube-Marketing und Videoproduktion zu verpassen. Schau dir als nächstes unser Video an, worauf du bei Dreh und Schnitt einer Unternehmensreportage achten musst. Bis dahin, bleib dran und viel Erfolg!